Guten Morgen, guten Morgen, ihr Hübschen und willkommen zum 26.10. Wir waren gestern schon in der Krebsmundenergie, heute und morgen auch noch. Und ihr wisst ja, der Krebs steht für Gefühle, für Psyche, für die Nerven. Und mit der 26.10. haben wir hier die 36, ja, und ich nehme das ganz stark hier als das Göttliche wahr, als Spirit, der halt, wie wir es im Uranus-Orakel gelegt haben, der halt Gefühle, über die Herzebene machen wir die Energiearbeit, fließen die Energien, strömen Energien zu uns und der Gefühle nach oben drückt mit Absicht, mit Absicht, das ist auch geil, nach oben drückt und über diese Gefühle, die nach oben drücken, sinniert ihr. Ja, wir haben, und das haben wir gestern aber auch schon gesagt, ne, das 68 ist die 14, ist der Kopf, ist der, ist der Fuchs im Lennement, ja. Und Spirit holt Gefühle nach oben, über die ihr sinniert. Das ist auch die Kartenkombination an sich. Das ist das, sich Gedanken machen müssen, ne, da führt, das ist eine Belastung und deshalb führt da kein Weg dran vorbei. Ne, gestern schon, heute Morgen auch noch und das ist dann, das ist, weil es eine nervliche Belastung ist, ne, deswegen führt da kein Weg dran vorbei. Und wenn man sich dem, was an Gefühlen nach oben kommt, stellt, ne, statt davon zu laufen oder das auszusitzen, wenn man sich dem stellt, dann hört das Grübeln dann auch auf. Dann geht auch eine nervenaufreibende Phase zu Ende. Ja, aber das ist etwas, eine Lernaufgabe, die euch auch von der Gefühlsebene heute vermittelt wird, ja. Also heute, wenn ihr die Zeit habt, guckt hin, seid achtsam, was fühle ich? Was fühle ich und was will mir dieses Gefühl sagen? Ja, ganz wichtig. Und dann, holt euren Kopf halt hinzu, ne, holt euren Kopf hinzu, geht in eine, ja, wie nennt man das, zieht eine Bilanz, ne, mit dem Köpfchen, zieht eine Bilanz. Die und die Gefühle drücken nach oben, ähm, was müsste ich tun, damit ich dieses Gefühl klären kann, damit sich dieses Gefühl klärt, damit ich dieses Gefühl, ähm, bereinigen kann. Vielleicht löst dieses Gefühl Fragen aus, ja, dann, ähm, weicht den Antworten, die ihr, ähm, braucht, nicht aus. Ja, darum geht's heute. Welches Bedürfnis will da gestillt werden, ja? Woran, ähm, will dieses Gefühl, dass ihr arbeitet? Ja, schaut mal. Und wenn ihr diesem Gefühl nachgeht, ist das eine ganz erfolgreiche Offenbarung. Dieses Gefühl, ihr könnt diesem Gefühl, was da heute hochkommt, vertrauen. Das, was ich da zeigen will, ist, entspricht der Wahrheit, ja? Das, was ich da zeigen will, ist der Weg ins Licht. Das, was ich da zeigen will, ist eine erfolgreiche Offenbarung. Wenn ihr diesem Gefühl nachgeht und diesem Gefühl vertraut. Also heute, für den heutigen Tag, kann ich euch mitgeben, seid achtsam zu euch selbst und guckt, was da aufploppen will, was da nach oben kommen will und, ähm, holt euren Kopf hinzu und das Wichtigste ist halt, dass ihr ehrlich euch selbst gegenüber seid, ja? Also ganz ehrlich euch selbst gegenüber und, ähm, vielleicht muss der ein oder andere an dieser Stelle auch etwas offenbaren. Ja, drückt da einen Schuh, der, ähm, wo endlich was aus einem raus will, was gesagt werden muss, ja? Wo man, der Mond steht ja auch für die Ängste, ne? Wo man Angst davor hat, sich zu offenbaren. Aber es gilt, diese Angst zu überwinden und wenn sie überwunden wird, dann wird das ein voller Erfolg. Also für den heutigen Tag, nehmt eure Gefühle ernst. Unterdrückt sie nicht, bringt sie nicht zum Schweigen, sondern lasst sie raus, ehrt und achtet sie und seid ehrlich euch gegenüber, was dafür, um in den Erfolg zu kommen, ja, für einen Schritt unternommen werden müsste. Weil das ist, als Bild wird mir so gezeigt, ja? Wie hier eure Schutzengel, eure Geistführer, ähm, einen Blasebalg haben, ja? Oder von mir aus eine Luftballonpumpe, ja? Und so ein Ballon in euch pumpen, 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 ja? Die pumpen rein, ne? In die Gefühlsebene, anders geht's nicht. Pumpen, 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 pumpen rein, sodass ein Gefühl platzt. Und das Platzen von diesem Gefühl ist halt die erfolgreiche Offenbarung. Das singen sie von Annette Lucian, das ist das, glaube ich, ne? Das Gefühl. Da ist es wieder, ne? Das Gefühl. Ja, da ist es wieder das Gefühl, vertraut dem, geht dem nach. Dieses Gefühl will euch erfolgreich führen und leiten, euch etwas zeigen, euch etwas offenbaren, euch den Weg weisen und, ähm, dort liegt die Hürde, die es zu nehmen gilt, ja? Wenn dieses Gefühl mit Angst verbunden ist. Ja. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, wisst ihr ja auch, wo ihr mich findet. Ansonsten hören wir morgen früh nochmal mit einem weiteren Tagesimpuls im Krebsmond. Bis dann. Ciao. Ciao.